Hallo und herzlich willkommen bei Raft. Hallo. Der Gräffin und ich spielen das mal. Genau. Vor Jahren schon mal gespielt, aber das Final Chapter nie. Ne, irgendwie nie gespielt sonst weiter, nur, ja, damals early, gell? Ja, ziemlich früh. Gell? Und wir dachten einfach mal, komm, das hat damals schon so Bock gemacht, ähm, spielen wir es noch, nein, ja, spielen wir es noch mal. Ah, hi. Hi. Und, oh, Füsschen. Füsschen. Ah, dann schnapp dir das mal. Nein, benebe. Ach, Hase. Oh, Mann. Sau dir. Bist du komisch, bin ich fertig. Ja, hier gibt's keine Kimme und Kornwäsche. Mhm. Fällt noch, ey, Blanke fährt noch Speer. Ich weiß ja nicht, wann der Hei kommt. Ja, ich weiß. Das ist es ja, aber ich will noch ein bisschen Plastik sammeln. Ja, brauchen wir viel. Alter, da kommt auch Plastik, das will ich auch noch mitnehmen. Super. I war das, gell? Ähm. Bär und Bauhammer hab ich. Ach, shit, fehlt noch ein bisschen was. Wir brauchen noch einen Haufen Fahnen. Also Blätter. Ja, für die ganzen Seile da. Mhm. Deshalb, aber irgendwie, kommt doch grad leicht. Mhm. Mhm. Ziemlich mau. Mhm. Wohl da vorne, das versuch ich mal. Ah, hast du's? Okay. Hm. Du hast irgendwie mehr Müll als ich auf meiner Seite. Mhm. Hm, okay. Ja, im Moment ist es eh mau. Also es ist allgemein mau. Vorne kommt die Insel. Du hast ein Hai. Ich schwimm gleich mal vorher. Ich warte noch ein bisschen. Ja, ja, ich warte, bis der bisschen näher dran ist, weil wenn der Hai dich kriegt, hast du ein Problem. Langer fährt's. Ja, sagst du. Oh, shit. Der ist da. Er ist da. Drecksack. Ich hab's repariert. Gut. Ich hab nämlich wenig Fahnen. Fällt mir mal so auf. Und irgendwie, äh, ist das ja nicht so chillig. Ja, ich spring. Jup. Nein. Er ist schon an bei dir. Ich weiß, ich hab's gemerkt. Oh, wenn ich zu lang warte, hab ich jetzt Zeit zum drüber. Outchen. Ah, sieht aber mau aus. Sieht richtig mau aus. Ja, klar. Natürlich. Wie immer. So, jetzt gucken wir, ob man das herstellen kann. Uh, fast drüber gehobst. Ich hab mal ein paar Bauhammer hergestellt. Den hab ich auch schon. Ich hab noch einen zweiten Haken hergestellt. Weil ich nicht weiß. Wie lange halt. Ja. Ach. Dreck, du. Warte mal, stell ich mich mal da her. Geh ich jetzt mal links. So, mach das. Also, mach das. So, mach das. Fest hier. Boah, da kommen meine Traum. Da kommen noch mehrere Fest, ja. Mhm. Aber an das drüber hin, da kommen wir glaube ich nicht. Ich waffe mal aus und guck mal, ob ich's kriege. Da kommen noch mehr Fest, ja jetzt. Ich komme fest, ja. Ja, dann fangen sie doch ihn. Sind drei Stück. Ja, das ist so knapp gewesen, aber ne, ich hab's nicht gekriegt. Out of range. Tricksack. Tricksack. Was? Egal. Sag mal, ey. Weil wir beide ausgeschmissen, das wäre. Ach komm, fährst du ja jetzt wieder. Ja, da vorne kommt auch so Floß. Ach ja. Mhm. So, jetzt haben wir wieder Platz zum Lava. Oh, hast du aber gut erfahren gemacht, ja? Mhm. Mhm. So, warte mal. Es geht schon weiter hier wieder. Was? Was? Es geht hier schon wieder weiter. Na, shit. Egal. Glaubts. Glaubts auch ein Herz. Ah, shit. Oh, diese ganze Plastikmüll. Krass. Mhm. Nein. Nein. Sag ich, stell doch drüber aufs Los. Ja, aufpassen. Der High ist auch da. Ja. Und der bestimmt gleich dich an. Der such dich schon. Der ist auch schon. Der ist auch schon. Ja, hat schon gebiss. Ich mach erstmal Holzsperr. Ja. So, noch mal festgekriegt. Fried. Uhuhuhu. Ich bin grad noch so. Oh, komm. Der Drecksack war schon wieder hin. Ich bin immer. Mhm. Mhm. Nein. Was denn? Ich bin ganz knapp vorbei. Mhm. Oh, die Sonde. Ich bin gerade ohne. Ja. Ja, aber ich erstmal. Oh, was roh. Ich habe auch immer roh geäst. Ja, ich auch. Egal. Wir brauchen jetzt alles. Besser als nix. Ja, das sag ich ja. Ja. Ja, habs. Bist du dunkel? Ist schön. Ich muss irgendwie gleich mal was bauen hier. Ja, ich mach die reinig, ja. Hab alles. Jetzt würde ich machen was los neu. Bist du größer gemacht jetzt mal. Alter, du hast fast so fest hier wegschwimmen gelos. Also. Ich hab doch gesagt, ich kann grad nicht. Ich bin am. Huhuhu. Ich verurscht nämlich gleich und für Motti geht's alle besser. Ja, ich auch. Nein. Natürlich nicht. Ich muss mein Becher herstellen. Warte mal. Ja. So, da drin gelarvt. Grad nicht. Alles gut. Ich muss mir gleich noch was herstellen. Warte mal. Äh. Eine leere Tasse hergestellt. Sehr schön. Deine. Ach, scheiß Angel. Gut, du musst gleich mal herstellen noch. Und dann kann ich. Na ja. Ja, das ist echt kritisch teilweise. so. Oh, Haufen Schrott. Das ist cool. Okay. Die. 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 und fest hier? hey! alter was? manchmal echt ein bisschen verrückt das ganze. ich muss was trinken. hast du schon was getrunken? ja. ich hab dann gerade hier dringelaufen ich hab grad dringelaufen. ach danke. so, dann können wir neues machen. so warte mal, ich muss ein bisschen was umbauen hier. ich angle gleich mal noch ein bisschen. das limo grumbier schon drauf. eine kartoffel genau. ach so, ja. grumbier ist bei uns im pelserland. der kartoffel. ein kartoffelchen. oh nein, da hei, da hei, da hei, da hei. ah sack. hei land sack. mhm, antenne. was brauchen wir hier? so, angelhut hab ich auch hergestellt jetzt. das mache ich noch einen plastikhaken. ein bisschen seil herstellen. sooo. oh. nein. ach shit. nicht geil, schluss dir. das war mal beide zu blöd, ums zu angeln. echt jetzt? hm. hm. ach. okay. hm. da ist nix. oh, neicht. oh, das ist rauhe see. okay. so, mal grad ein bisschen mehr hier nochmal an. so, hab ich es angebaut. grad wo er immer ist dann. wisch. wenn er innen beißt oder so. ja. so, wenn ich in schwulität komme. so, das erste gleich. kommt er ist gleich fertig wieder. alles gut. hab denn noch. kartoffel. oh, 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 oh. was denn das denn hier schön ist. ach. vielleicht wollte ich was essen. ja, mann. fest hier unten ein kistchen gerät. wuhu. so. bin ich fertig, jetzt kannst du essen. warte mal, ich trinke mal grad. ich hab doch schon gas. ah. du gleich noch, dann ähm. ich hab was gegessen und was getrunken. was jetzt du ist, kannst du hören. hab eine rübe noch mal drauf gehauen. und angel jetzt ein bisschen, okay? jo. da willst du was zu essen haben hier. hm hm. hm hm. hm. pff. so. Makrele. hm 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 hm. hm hm. ganz schön willig das gute ist alles so eng ganz schön willig ich brauche gar nicht der Hage ausschmeißen im Moment die Sonne geht auf am Horizont Teig kommt wieder immer näher oder beißt gleich wieder ins Brot wahrscheinlich kann er machen hat gleich Finger gekloppt so ich angeln noch ein kleines bisschen weiter ja mach nur ich habe auch Fisch auf dem Grill das ist gut ich habe eine Flaschenkerze entdeckt geangelt aber wer weiß ja nicht wofür ihr was brauchen könnt das Depot glaub ich oh Flaschenkerze macht bestimmt Licht scheiß ah doch ich habe nie was gesagt ja ja hi glaub ich aber ja toll ich hau mir gerade mit dir ne 4 Stunden mal ja 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 ich hau mir gerade mit dir ne 4 Stunden mal ich hau mir gerade mit dir ne 4 Stunden mal ich geh den doch nicht stimmt ich denn auch nicht soo das hat Soja keinen Wert sein Fusch ist fertig mein Fusch? ok und vor allem kommt die Grozi Insel oder relativ Grozi kann man nur gucken ob das ich vorher noch ein Anger fertig kriege oder paddeln mhm das wäre super klar ja oh Fessier kriegt du Hasches mhm da warst du das nächste ich finde kommen noch zwei mhm das sind aber der Schillis was soll man denn machen jetzt wird der Angel gebaut macht der Anker aber erst wieder wäsch ja ne ja der Fische ist auch fertig wenn du das essen willst ja es geht noch ich ess wunderbare Rübchen so was soll ich machen ich hab noch genug hast du ruhig tun können naja sie schon schnell ja da hast du nicht rum was soll ich gleich wieder nicht rufen wenn ich den Hunger habe ich will erholt ach shit ja 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 ach schade Lachs passt hier nicht drauf ach schade ne der ist zu groß genau wie du willst hab ich gemerkt schade naja so groß ist er ne die Insel aber ist egal vielleicht finden wir ein bisschen was dann werde ich mir da angehen eine schwarze blume bambus habe ich schon mal entdeckt jetzt muss ich die beiden abhacken ananas du bist ein paar steine abhacken hier unter Wasser holen mhm kann man hier eigentlich auch nimmer dann ja gerne also die blume los ist da ohne ja oh hi uhr leck drecksack hat er wieder ein Stück abgebissen ne mir hat er mir gekostet ach der war an dir ja ja jetzt ist er aber dort am boot drecksack so ein lutscher entschuldigung das ist ein bisschen in der zeit geht mhm bist du wieder komisch mhm mhm der erste angel ist schon kaputt so aber ist ja dann schlimm haben wir ja genug so so jetzt haben wir noch in der fußstau die ganze samen mache ich jetzt das eier schmutter und die thronen mhm mhm muss mal ein bisschen lebensmittel haben weil es sich ziemlich mau aus mit allem sonst weißt du mhm wie gesagt blume finde ich jetzt unnötig verstoppen uns nur die truhe ich habe eine mechanische schrott ente bekommen mhm mhm also geangelt keine was die macht ich muss gleich mal gucken scheiße mhm 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 cursen mhm 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 und die nix so so Korreik schon im das gerät § W Fahre mal weiter. Und was, ich kann mir eh nicht viel scheiß Heido. Nee, der ist hartnäckig, der Buh. Hei auch, gell? Mhm. Dann geht's weiter. Mhm. Also du sollst vielleicht auch Blanke drinnen erleben, wenn du Fischdorf legst. Oh, hab ich keinen drinnen gelegt? Nee, das hat doch gerade so Millisekunden gefehlt, bis er fertig war. Ja, dann ist es halt passiert. Ja, das ist schlimm. Alles gut. Ja, das ist gut. Mhm. Du hast es ja gemerkt. Ach, der. Ich? Nein, ich. Okay. Ich mag die Musik. Mhm. Entspannt. Mhm. Alter, der scheiß Hai. Was denn jetzt? Heide Hai, warte. War da wieder ein Stück abgebissen. Scheiß, ich kann es nicht reparieren. Was du machen musst du machen. Einfach, wenn mir da was fehlt. Ein Inventar. Mein Hase. Mhm. 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 So, der Bildschirm ist ein bisschen größer geworden wieder. Wir kriegen schon noch. Machen wir uns gleich mal noch auf den Vorschaustisch. Mhm. Samo. Bleib einfach auf deiner Seite. Du warst auf meiner Seite einfach. Das war doch meine Seite. Nee, vorhin warst du einfach auf meine Seite gekommen. Uäh. Und du frisst mein... Hä? Was fress ich? Und du frisst meinen Fisch? Ist gut. Das war doch nur Witz. Uäh. Achtung Hai. Das muss ich gerade mal. Oh. Nee, ich dachte, er wäre es. Hm. So, ich erforsche mal ein paar Sachen. Mhm. Damit wir mal weiterkommen hier. Ob wir das schaffen, weiß ich ja nicht. Das bezweifle ich manchmal. Damit's vorangeht. Die Sackt. Du Sackt dir. Mhm. 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 Gut. Willst du noch mit oder bist du weg? Nö, wieso? Ich bin gar mein Inventar. Achso. Ich hab gleich wieder meinen Stuhl herstellt, Schatz. Toll, Schatz. Ich auch, dank dir. Jetzt bin ich Schreine. Vielen Dank. So, ich mache noch ein bisschen Wasser auffüllen. So, jetzt wollen wir ein bisschen schneller. Die Frage, wollen wir das? Ja. Echt? Ja. Okay, wenn du das sagst, wollen wir das. Komm, die Ressource ist schneller. Ja, bestimmt auch wieder. Aber ich würde sagen, ob wir dann wirklich schneller sammeln, sehen wir in der nächsten Runde. Nächste Runde, Folge, Runde egal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Musik